Gerard Kobiani aus Burundi, Patrick Duara in den Cook Islands, aus Nepal, Tahu, aus Kiribata, Rao Takoa, aus Mauritius, Fabrice Kofiq, da kann man es glaube ich auch aushalten. Und das ist auch Maslut Assisi aus Afghanistan. Aber der hat nur eine Zeit von 11 Sekunden, dauert nicht viel. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Gerard Kobiani aus Burundi hier richtig Gast gehen wird. Der ist aus Burundi, um das gleich festzustellen, der ist aus Burkina Faso. Kobiani, eine Zeit von 10.29 Uhr, eine Bestleistung. Also das ist 8 Bar, das ist stark, das ist der Mann auf der Bahn 3. Kann er das auch zeigen, ich glaube schon, naja, wir hatten einen Flottenstiefelweg. Sehr gut, man wird auch noch mitlaufen, Fabrice Kofiq, aus Mauritius. Gegen eine Krittoflemetre werden sie übrigens nicht laufen, denn der Franzose hat gesagt, der konzentriert sich ganz auf die 200 Meter. Das ist für viele nicht nachvollziehbar, aber wenn man genau hinschaut, ist es eine sehr realistische Einschätzung. Demetre hat bei den Weltmeisterschaften ein Debut mit Gerard Kobiani aus Burkina Faso und Fabrice Kofiq aus Mauritius. Vielen Dank. Vielen Dank.